Das Dr. Curse Event in Rainbow Six Siege ist wieder da und damit Hallihallo oder Löhle. Von heute, den 16.10. bis zum 6.11. könnt ihr das Event spielen. Es gibt zusätzlich auch noch Twitch-Drops, es gibt ein kostenloses Pack, es gibt ein Event-Pack und es gibt einen Waffen-Skin, den ihr auch noch euch holen könnt. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Trailer zu dem Ganzen an. Bis zum nächsten Mal. So, wie man gesehen hat, gibt es auch drei neue Operator, nämlich Sophia, Demos und Fenrir. Aber fangen wir jetzt erstmal an mit den Twitch-Drops. In dieser Woche vom 16. bis zum 23. bekommt ihr für die MP5 von Melusi-Dog und auch Rook. Da könnt ihr den Perpetua Sorrow24-Skin bekommen. In der Woche vom 23. bis zum 30. könnt ihr das Headgear für Melusi bekommen und vom 30. bis zum 6. bekommt ihr die Uniform bzw. auch die Operator-Card. Dazu müsst ihr in der Regel zwei Stunden in den sieben Tagen, die dafür Zeit sind, bei jemandem auf Twitch zugucken, sprich der die Drops aktiviert hat. Wie bei mir, das wäre dann twitch.tv. Wenn ihr im Shop unter Highlights geht, seht ihr dann unten, wenn ihr dahin scrollt, das kostenlose Pack. Einfach öffnen und somit gehört euch das Ganze. Wenn ihr das Ganze euch abgeholt habt und öffnet, dann bekommt ihr ein Event-Pack. Ich habe übrigens schon zwei und damit gleich zum nächsten Punkt. Wieso zwei? Ja, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst fünf Runden gewinnen, damit ihr dieses Pack bekommt. Wenn ihr dann noch den Waffen-Skin haben möchtet, müsst ihr nur zehn Gegner gekillt haben. Der Waffen-Skin sieht übrigens so aus und nennt sich Blackwood24. Übrigens, wenn ihr das komplette Set habt, habt ihr noch die Möglichkeit, euch diesen Waffen-Skin zu holen, der animiert ist. Und ich muss sagen, mir gefällt er sehr gut. Könnt ihr eure Meinung mal sagen. Das waren alle Infos zum Event. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, beziehungsweise was euch gut gefällt oder vielleicht auch nicht.